4. Präferenzdokumente Alle Präferenzabkommen sehen für die entsprechende Gewährung der Zollbegünstigungen erforderliche Nachweise über die jeweilige Ursprungseigenschaft vor. Die überwiegende Zahl der aktuell bestehenden Abkommen sehen förmliche Nachweise für die Präferenzgewährung vor. Neben den förmlichen Nachweisen sehen die Abkommen zugleich aus Vereinfachungsgründen zusätzlich sogenannte nichtförmliche Ursprungsnachweise in der Gestalt von Ursprungserklärungen auf Handelsdokumenten vor. Insgesamt ist von Seiten der Europäischen Kommission ein zunehmender Trend zu beobachten, die förmlichen Nachweise gänzlich durch die nichtförmlichen Ursprungsnachweise zu ersetzen. Zu den Einzelheiten der nichtförmlichen Ursprungsnachweise kommen wir an anderer Stelle zurück. Als förmliche Präferenznachweise gelten die Warenverkehrsbescheinigung EUR1 und Warenverkehrsbescheinigung EUR-MED. Warenverkehrsbescheinigung EUR1 oder EUR-MED erfordern immer die Mitwirkung der Zollverwaltung und sind grundsätzlich bei Warenwerten von 6.000 Euro und mehr notwendig. Die Zollverwaltung bestätigt mittels Dienststempel die Warenverkehrsbescheinigung, soweit diese vollständig ausgefüllt und die Richtigkeit der Ursprungseigenschaft im Antrag schlüssig dargelegt worden ist. Die Warenverkehrsbescheinigung EUR1 ist der Standardnachweis für alle Präferenzpartnerstaaten, mit wenigen Ausnahmen wie derzeit im Warenverkehr mit der Republik Korea, Südkorea oder Kanada ab dem Zeitpunkt seiner Anwendung. Es besteht aus zwei Vordrucken, nämlich der eigentlichen Bescheinigung, grün guiochiert, und einem Antrag, regelmäßig im neutralen Weiß gehalten. Der Antrag verbleibt bei der ausstellenden Zollverwaltung und enthält auf der Rückseite wichtige Informationen durch den Antragsteller. So hat der Antragsteller auf dieser Rückseite eine schlüssige Erläuterung oder Erklärung abzugeben, die den auf der Vorderseite angenommenen Präferenzursprung nachvollziehbar begründen. Inhalt und auch Umfang dieser Erläuterungen sind abhängig vom jeweiligen Produkt und dem Umstand, ob dieses Gegenstand einer Fertigung im eigenen Betrieb oder eine Handelsware ist. Zugleich sind zusätzlich die für den Beleg der Erläuterungen notwendigen Nachweise, wie zum Beispiel Lieferantenerklärungen oder Kalkulationen etc. zu benennen und in der Regel bei der Antragstellung vorzulegen. Die Warenverkehrsbescheinigung EUR-MED sieht auf den ersten Blick genauso aus wie die Warenverkehrsbescheinigung EUR-1. Dies ist nicht nur Zufall, sondern bewusst gewollt. Schließlich hat die EUR-MED dieselbige Zielsetzung wie die EUR-1. Entscheidender Unterschied ist, dass sie nur im Warenverkehr zwischen der EU und ganz bestimmten Partnerstaaten verwendet werden kann. Entwickelt wurde dieser Nachweis für den Warenverkehr zwischen den Teilnehmerstaaten des sogenannten Barcelona-Prozesses. Besser bekannt ist dieser Prozess als die Pan-Europa-Mittelmeer-Kumulierungszone, auch PEM-Kumulierung genannt. Hierzu gehören neben den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, EU, die EFTA-Staaten, also Schweiz, Liechtenstein, Norwegen und Island, die Feröer-Inseln, die Türkei sowie die sogenannten Mittelmeer-Anrainer, Ägypten, Libanon, Israel, Westjordanland, Gazastreifen, Syrien, Algerien, Tunesien, Marokko, Jordanien. Ebenfalls eingebunden sind auch die Teilnehmerstaaten des Stabilisierungs- und Assoziierungsprozesses, nämlich Albanien, Bosnien, Herzegowina, Mazedonien, Montenegro, Serbien und Kosovo. Im Rahmen dieser sogenannten gemeinsamen Ursprungszone ist der Einsatz von Ursprungserzeugnissen aus diesen Ländern ursprungsunschädlich, auch wenn die Kriterien der Verarbeitungslisten nicht erfüllt sind. Man spricht in diesen Fällen von der Anwendung der diagonalen oder multilateralen Kumulierung. In der Warenverkehrsbescheinigung EUR-MED ist in Feld 7 Bemerkung demnach das Ergebnis der Ursprungsermittlung anzugeben.